Musik Eiskalte Winde, graue Wolken, Schneeflocken und Glatteis lassen uns erst einmal in Ruhe. Am Dienstag sind nämlich Sonnenstrahlen und frühlingshafte Temperaturen angesagt. Es wird also ein Tag zum Genießen. Musik Der Dienstag bringt durchweg Sonnenschein. Morgens kann es bei Temperaturen zwischen 0 und 9 Grad noch etwas frisch werden. Es folgen jedoch zahlreiche Sonnenstrahlen, die für einen frühlingshaften Mittag bei Temperaturen um die 13 Grad sorgen. Zum Abend hin kühlt es wieder etwas ab. Die Nacht bleibt klar. Auch der Mittwoch bringt eine große Portion Sonnenschein und frühlingshafte Temperaturen von bis zu 14 Grad. Am Donnerstag wird es dann noch mal etwas wärmer. Das Thermometer steigt auf Werte von bis zu 17 Grad. Der Freitag bringt dann wieder weniger Sonnenstrahlen. Wolken finden sich dann am Himmel und es kühlt leicht ab. Musik